Mama, wo ist Papa schon wieder? Ja, sieh ja. Ist was passiert, Vera? Nichts passiert. Familie ist passiert. Nina braucht extrem viel Sonderbehandlung. Schön langsam, Mama. Keine Hass-Dicke. Ninas Testergebnisse sind deutlich unter der Not. Nina hat eine Entwicklungsverzögerung. Ich hab auch einen Job. Und du kommst einfach nach Haus und sagst, sorry, die nächsten zwei Jahre werden extrem herausfordernd? Das geht doch um uns als Familie. Ich wünschte, wir hätten eine Million Minuten. Nur für die ganz, ganz schönen Sachen. Du kennst erstmal eine richtig gute Idee. Woher kommt denn die Scheiß-Idee? Da will ich hin. Nach Thailand? Wäre das doch gut, oder? Dann zur Elfe. Island? Okay. Ich hab ein bisschen Schiss. Frag mich mal. Ich find sie nur in 1 Minuten. Viel besser als die alten Strassen. Wow. Papa hat heimlich Stress. Natürlich wollte ich bei den Kindern bleiben, aber das heißt ja nicht, dass ich automatisch deinen Teil der Arbeit mitmache. Ich bin nicht richtig bei der Arbeit. Ich bin nicht richtig bei euch. Nina hat in den letzten Monaten so viele tolle Momente erlebt. Ja, aber ich verpasse die ganzen Momente. Ich will nicht mehr dieser Idiot sein, der sein Leben verpasst. Meinst du, wir kommen erstmal mit dem zurecht, was du verdienst? Ich hab grad gekündigt. Ich hab mal wieder Zeit. Ich hab Kraft. Ich hab Ideen. Es geht einmal um meine Möglichkeiten. Was ist mit dir? Was macht die Arbeit? Muss ich jetzt alles noch aufhängen? Das mach ich gerade, Papa. Ich hab Leute auf das... Ich hab always' ein Wider. Ich hab nicht jetzwert. Ich hab immer wieder weg. Ich hab immer wieder... Ich hab immer wieder weg. Manchmal ist das Widerstand etwas meistens und man dann in diese Widerstand besser als die dritte Widerstand eines weiblichen. Heute schaffen wir es. Und wenn nicht? Dann kommen wir morgen wieder.